Innovation bedeutet für mich Wertvolles zu schaffen. Wenn Menschen nicht nur alleine arbeiten, sondern zusammenarbeiten. Die Chance, das Unternehmen und die Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Innovation bedeutet für mich mit neuen Ideen Spaß zu haben. Ich halte Innovation für extrem wichtig, weil der Markt gerade stark im Umbruch ist und wir uns eigentlich auf diese Gegebenheiten einstellen müssen. Der Bankenkunde ist früher in die Filiale gekommen. Mittlerweile werden diverse Funktionalitäten einfach über das Handy und über Apps abgebildet und dafür müssen wir einfach gute Lösungen, innovative Lösungen bieten. Wir passen unsere User-Stories immer die fortlaufenden Anforderungen des Marktes an und das führt dazu, dass wir viel schneller zu Ergebnissen kommen und vor allem diese Ergebnisse sich dann auch wirklich an den Bedürfnissen des Kunden orientieren. Manche haben die besten Ideen unter der Dusche oder im Freundeskreis, aber dann vor allem, wenn man sich wohlfühlt und wenn man den Eindruck hat, dass man auch sehr gut die Idee willkommen ist. Das kann mal hier in einem Meeting sein, in einem ganz kleinen Kreis. Das kann auch mal was Größeres sein, wie zum Beispiel in diesem Macherprogramm, was wir jetzt hier aktuell haben. Das ist natürlich ein ganz toller Rahmen. Die Leute werden aktiv eingeladen. Man muss nicht kommen. Also jeder, der irgendwie da mitarbeiten will, selbst wenn er keine eigene Idee hat, dann kann er hier trotzdem kommen, kann sich andere Sachen anhören und hier kriegt man halt auch einfach den Freiraum dafür. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es das Morgenmacher. Da werden Startups aus der Umgebung eingeladen, die einfach vorstellen sollen, wie funktioniert so ein Startup, welche Ideen gibt es auf dem Markt und auch Impulse in unser Unternehmen mit reinzutragen. Einbringen kann sich jeder im Unternehmen. Also Ideen kann ja jeder sich ausdenken. Einfach im Ideen-Blog posten. Und dann ist man schon dabei. Also ich würde die Mitarbeiter immer motivieren, sich einzubringen. Auch mit der Gefahr, dass sie mal scheitern. Auch daraus kann man lernen. Es macht wirklich Spaß, da einfach mitzumachen und neue Wege zu bestreiten. Auch mal Wege, die so ganz untypisch sind für die Fiduza und GAD. Das gemeinsam an einer Idee entwickeln, das ist schon richtig, richtig cool. Vor allem, weil man selbst mal ganz viel mitbestimmen kann. Bei Innovationen mitzuwirken, fühlt sich großartig an.